So, wir sind wieder zurück, Teil 7, immer noch hier auf unserem Schiff. Wir haben unseren letzten Gegner, Käpt'n Rocheljö, vor uns, soweit ich weiß. Und ja, den wollen wir jetzt schnellstmöglich besiegen. Und ich meine mich zu erinnern, dass es bei dem einen kleinen Kniff gibt, denn, äh, ja, er funktioniert, oder bei ihm funktioniert das Beleidigungsfechten nicht ganz genauso wie bei den anderen, sondern er hat ein paar, äh, andere, ähm, Beleidigungen, zückt er halt so, ne? Und wir müssen halt mit den unseren Bekannten halt die passende Antwort dafür rausfinden. Und ich bin mal gespannt, wie schnell ich da drauf komme. Es kann auch sein, dass das ein bisschen länger dauert, aber es wird schon wieder klappen. Also, wo bist du? Da, ne, du nicht. Da, Käpt'n Rocheljö. Aber erstmal müssen wir ihn besiegen. Hab ich eigentlich? Ne, ich hab noch gar nicht. Wir wollten doch erstmal hier die Superwaffe kaufen. Stimmt, das machen wir erstmal. Ja, weil das wäre ja peinlich. Schon wieder da, Mister? Mhm. Ich möchte ein paar Kanonen kaufen. Ich nehme die Destructomatik T47. Oh, Mister. Sie haben soeben das Tor zur gehobenen Piraterie durchschritten. Sie haben soeben ein Destructomatik T47 panzerbrechendes Blutbad-Anrichtungssystem mit Nachladeautomatik und Fax-Modem bestellt. Ein ziemlich feines Stück, wenn ich das mal so sagen darf. Mama! Uh, Sangalea Noe. Geile Weapon, ey. Ja, damit ballern wir jetzt erstmal eine Rocheljö in den Arsch, würde ich sagen, oder? Auf geht's in den Kampf. Wo bist du? Nope. Komm, trau dich. Ja, ist er doch. Ja, wo ist er? Wow, die Hörte. Die Hörte. Bam. Was willst du denn? Ja, ich bin gekommen, um die Rechnung zu begleichen. Ich bin gekommen, um die Rechnung zu begleichen. Auch wenn du es nicht glaubst, aus dir mach ich Aschee. Okay, aus dir mach ich Aschee. Hoffentlich zerstörst du mich nicht in Separe. Was ist denn Aschee? Asche halt, oder was? Ähm. Ja, ich probier's mal hier mit dem Klischee. Na, okay. Es riecht hier so nach Jauche und Du. Ähm. Das muss hier auf jeden Fall sich reimen, würde ich mal sagen. Hm, ja, es ist schwer, entweder hier mit Begnadigung oder Erleichterung. Ich nehm mal hier. Auch nicht, scheiße. Machen wir jetzt, das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Haha. Dein Geplänkel kommt nicht richtig in Schwung. Dein Geplänkel kommt nicht richtig in Schwung. Ähm. Für dein Gesicht bekommst du ne Begnadigung. Für dein Gesicht bekommst du ne Begnadigung. Na, leider nicht. Es mit mir aufzunehmen gleicht einer Odyssee. Hoffentlich zerrst du mich nicht in Separe. Auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Mein Anlieb zeugt von edler Abstammung. Hm. Von edler Abstammung. Ja, probieren wir mal das. Bevor mal der Hüt aufbewahrt, drückst du bei zu meiner Erheiterung. Das gibt's doch nicht. Und jetzt runter von meinem Boot. Bevor ich dich auf der Insel der ungeschickten Zahnarztelferinnen aussetze. Okay, das wünscht man niemanden. Äh, ich hoffe mal, ich kann mir das jetzt alles merken, weil ich hab jetzt gerade einfach mal blind drauf losgeraten. Und wahrscheinlich mach ich noch ein paar Fehler, aber... Oh, hier. Geil, Alter, zieh dir die rein. Maximale Feuerkraft. Mein Destructomatik T-47 Panzerbrechendes Gemetzelverteilungssystem mit automatischem Nachladen und Faxmodem. Ja, beeindruckend. Komm her, was will ich. So, du schon wieder. Gib die Karte heraus, oder du bekommst mein Schwer zu spüren. Dich muss ich nicht fürchten, Bürschchen. Ich laufe auf glühenden Kohlen und barfuß im Schnee. Und barfuß im Schnee. Ja, jetzt könnten wir nochmal Separé probieren. Mit Filet und barfuß im Schnee. Dass ich nicht lache, du und welche Armee. Ja, probiere ich das mal. Dass ich nicht lache, du und welche Armee. Ah, verdammt. Ich glaub, da hab ich eben Odyssee genommen, oder? Ja, jetzt sag ich mal das überlegen. Dass ich nicht lache, du und welche Armee. Ach, verdammt, ey. Du hast so viel Sexappeal wie eine Coupier. Wie eine Coupier. Hoffentlich zehrst du mich nicht in Separé. Hoffentlich zehrst du mich nicht in Separé. Jawohl. Wurdest du damals von einem Schwein adoptiert? Hm. Adoptiert. Ah ja, da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Ich weiß nicht, welche meiner Eigenschaften dir am meisten imponiert. Hm. Imponiert. Ah, was hat der nochmal gesagt? Imponiert. Ähm. Oh, das ist ein solches Klischee. Ah, scheiß verklickt. Ah, okay, das war doof. Ich hab mich verklickt. Ich lasse dir die Wahl. Erdolcht, erhängt oder guillotiniert. Guillotiniert. Ähm. Desinfiziert. Ja, das klingt gut. Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Deine Mutter trägt ein Toupet. Deine Mutter trägt ein Toupet. Ah, Filet. Du und welche Armee? Das passt jetzt auch nicht so super, oder? Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle in Varieté. Nee. Oder? Ist das eine... Obwohl. Ist das eine korrekte Antwort, oder ist das so eine... Ja, obwohl, das ist solch ein übles Klischee. Oh, das ist ein solch übles Klischee. Jawohl. Mein Antlitz zeugt von edler Abstammung. Von edler Abstammung. Ich glaube, haben wir das eben, Abstammung, mit der legalen Reinigung genommen? Hm. Ne, ich glaube, wir haben das mit der Erleichterung hier genommen. Ähm, deswegen... Ah, oder wird er... Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Jawohl. Richtig geraten. Yes. Äh. Äh. Wir haben die Karte wieder. Jetzt können wir nach Blood Island segeln. Oh. Schon Kapitel 4. Der Barmann, die Diebe, seine Tante und ihr Liebhaber. Ja, das lief doch besser, als ich gedacht hab. Ja, okay. Broculeu ist halt auch einfach nur ein Laberkopf, ne? Große Klappe, aber nichts dahinter. Und wir mit unserem Messerstaffungverstand... ...haben ihnen das Licht ausgemacht. Wir müssen unbedingt den Kurs auf Blood Island halten. Van Hagel? Ich tu ja schon alles, was ich kann. Hagel! Du musst mir helfen! Ich kann mich selbst kaum halten, Kameraden! Beigert dieser Storm! Den hat der Teufel geschickt! Ooooooooh! Ooooooooh! Puh. Ich glaube, ich war für eine Sekunde ohnmächtig. Wo ist die Lane? Sie flog ein kleines bisschen in den Wald, als wir strandeten. Dann lasst uns gehen. Wir suchen sie und dann durchkämmen wir die Insel nach dem entfluchten Diamantring, der sie wieder zurückverwandelt. Ich glaube nicht, dass wir das tun werden, Kumpel. Was meinst du? Ich meine, was meinst du, Haggis? Dies ist eine Meuterei, Käpt'n. Wir verlassen dich. Habe ich erwähnt, dass ich meiner Mannschaft einen sehr attraktiven Rentenplan anbiete? Ei, hast du. Und die Aktienoptionen. Aber wir gehen trotzdem. Aber warum, Haggis? Warum? Nun, ich gebe zu, in deiner Piratenmannschaft zu sein, war die wahre Freude. Die wahre Freude. Aber wir sind rastlos geworden. Wir können die Stimme der Sirene hören, wie sie uns ruft und sagt, dass wir ihr die Haare frisieren sollen. Ihr geht zurück, um wieder Friseure zu werden? Ei, wir segeln zurück zu Plunder Island, sobald wir das Schiff repariert haben. Viel Glück, Käpt'n Treipholz. Es war ein Vergnügen, mit dir auf Beutezug zu gehen. Ich schätze, ich bin wieder allein. Einmal Piratenfriseur, immer Piratenfriseur. Auch wenn ich Molterai eigentlich nicht leiden kann, die Jungs, das sind gute Boys, die dürfen das schon machen. Und allein auf uns selber gestellt, sind wir meistens auch besser dran. So, was haben wir hier? Ah, das ist Lution oder so, ne? Es ist eine Flasche Käpt'n-Nix-Rasierseife mit einem Korken drauf. Sie muss aus dem Vorrat des Friseurs gefallen sein, als das Schiff zerschälte. Aha. Ja, nimm mal den Korken. Ich kann den Korken nicht mit der Hand herausziehen. Hm, mit der Schere. Etwas will ich nicht durchschneiden. Ja, ist ja gut. Ich möchte das nicht feststecken. Na, dann erstmal noch nicht. Ähm, ach hier, da gibt's die Handoption. Das lässt du am besten. Diese Handlotion ist für die raue, trockene Haut, wenn man am Schiff gearbeitet hat. So, so. Äh, Haggis? Hi. Meuterei ist ein großer Schritt. Seid ihr sicher, dass ihr es nicht nochmal überdenken wollt? Hi, Jungchen. Wir sind alle einer Meinung. Wir spüren lieber den Sprühnebel von Haarspray, als den des Ozeans in unseren Gesichtern. Oh Gott, das ist so gut. Wie steht's mit den Reparaturen? Nun, Jungchen, die Dinge könnten schlechter laufen. Es gibt viele Baumstämme auf dieser Insel, sodass wir alle großen Löcher im Rumpf reparieren können. Wir werden auch ein Tanzparkett aus hartem Holz auf dem Lido-Deck hinzufügen. Nett. Ei, da gibt es etwas, das uns schon eine ganze Weile beschäftigt. Ihr Meuterer hättet euch besser in Acht genommen. Aufpassen, wovor? Nun, vor einer Sache. Ich lasse euch Kiel holen. Was, wenn nicht einen Kilt? Ich hab Kilt gelesen. Ähm. Ich werde euch mit einem schrecklichen Piratenflug belegen. Könntest du, Bill, wie deine Freundin in festes Gold verwandeln? Ich vermute, das wäre keine große Bedrohung. Nee, Junge. Nee. Meine Güte, das ist eine große Flasche Lotion, die ihr da habt. Das ist richtig. Und wage nicht einmal daran zu denken, sie zu stehlen. Wir brauchen sie ganz bestimmt. Siehst du, das Zimmermannshandwerk kann und wird in diesem tropischen Klima die Haut vorzeitig altern lassen. Dies ist nur eine der vielen Härten, denen ein Pirat in diesen barbarischen Zeiten täglich gegenübersteht. Ei. Und wenn wir Piraten keine Handcreme an Bord mitgeführt hätten, hätten wir uns vielleicht zu Tode gekratzt. Wow, wenn ich ein Geschichtsreferat über Piraten schreiben und diesen Punkt mit einbringen würde, bekäme ich glatt eine 1+. Wir sprechen über eine sichere 1+. Und durch diese 1+, könntest du an der Universität deiner Wahl zugelassen werden. Denk darüber nach. Ich? Ey, das ist meine Chance. Ich lass dich wieder in die Arbeit. Ach, Heike ist auch ein kluger Typ. Den mag ich gern. Komm, schauen wir uns erstmal auf der Insel an. Oh. Was ist das hier? Kleine Lichtung. Elaine sieht aus, als ob sie in Ordnung wäre. Halte durch, Schatz. Ich werde dich da herausholen. Sie ist aus Gold und nicht taub. Aber den Ring können wir nicht nehmen, oder? Dieser Ring sitzt wirklich fest an ihrem Finger. Stimmt, da braucht man nämlich, glaube ich, auch die Lotion für. Ein paar Glühwürmchen. Die sind wirklich hell. Was haben wir noch? Hier ist das Hotel. Oh, ist hier unten auch was? Da, geh erstmal hier hin. Nee. Immer hier Schrittchen für Schrittchen, ne? Mein Ei. Es ist ein großes Ei, das unsicher auf dem Wipfel dieses Baums liegt. Nur mit meinen Händen kann ich ihn nicht fest genug schütteln. Ja, dann strenge ich mal ein bisschen an. Na gut. Was steht da? Äh, verwittertes Schild. Fährlinie des verlorenen Walisers. Täglich unvergessliche Kreuzfahrten und Wahlbeobachtungsexkursionen. Ähm, ich sehe aber kein Boot, was mich mitnehmen könnte. Also erstmal zum Hotel. Nette Beleuchtung. Zu sehen, wie diese Dinge angezündet werden, zaubert immer wieder ein Lächeln auf mein Gesicht. Ach, ja. Spüren Sie die Macht der alten Vulkangöttin in Griswold Meistersuppe präsentiert? Hochexplosiv, das durchdringendste Showgirl-Kabaret der Karibik. In der Hauptrolle Wilhelmine, Verführerin des Kraters. Abends um sieben. Ich werde den schweren Topf nicht ohne Grund mit mir rumschleppen. Jo, du steckst alles in deine Taschen rein und den scheiß Topf dann nicht? Na gut, ist dein Spiel. Oh, sieht doch nett hier aus. Trink-Grog. Hm. Käserad. Ich kann nicht das ganze Käserad aufnehmen. Ja, dein Stückchen. Womit kommt man das nicht irgendwie hier mit abmachen? Ich möchte das nicht fest... Nee. Ähm, ja dann erstmal noch nicht. Oh, Piku-Kup. Nimm den. Das ist schon mal cool. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Ähm, trau dich. Aktenschrank. Ich bin sicher, das ist nur ein Haufen juristisches Zeug, das ich sowieso nicht verstehe. Okay. Hat das was gebracht? Nee, oder? Da steht, sei ein Grogmann. Sei Grogmann, würde ich eher sagen. Die Gabel steckt in all dem geronnenen Käse fest. Kriegst du nicht raus? Die Gabel steckt in all dem geronnenen Käse fest. Schade. Was sagt die Wahrsagerin? Ich fühle eine dunkle Aura, die mich überkommt. Hallo. Ah. Ah. Bitte. Sei leise. Kein Geschrei. Oh, mein Kopf. Hi. Ich bin Guybrush. Hi. Und du bist? Und du bist? Ich bin Madame Xima, Hüterin der alten Künste, des Wahrsagens und des Omendeutens. Herrin der Weissagung. Cool. Sie sind eine Hellseherin. Ach, das und so vieles mehr. Wie auch immer. Erzähle mir etwas über meine Zukunft. Ich glaube nicht, dass du etwas darüber hören möchtest. Es gibt Dinge, die ein Mensch besser nicht wissen sollte. Aber es gibt schon so viele Dinge, die ich nicht weiß. Ich will meine Zukunft kennenlernen. Nein. Du bist nicht dazu bestimmt. Ich wette, du kannst das gar nicht. Das ist das Problem. Du kannst es nicht und hast Angst, dass jeder herausfinden wird, dass du nur eine Schwindlerin bist. Weißt du, ich könnte dich mit einem Fluch belegen, der jeden Bissen Nahrung, den du zu dir nimmst, in eine ausgehungerte Kakerlake in deinen Gedärmen verwandelt, die dir den qualvollsten Tod bereitet, den du dir vorstellen kannst. Also, wirst du mir jetzt mein Schicksal voraussagen oder nicht? Ich scherze nicht. Okay, okay. Lass knacken, ey. Was steht für mich in den Karten? Ruhm, Glück, eine Romanze? Nun gut. Wir werden die Karten befragen. Der Prozess, die Tarotkarten zu lesen, ist sehr kompliziert. Jede gezogene Karte sagt ein kommendes Ereignis in deinem Leben voraus. Wenn man sie zusammensetzt, erzählen sie die Geschichte deiner Zukunft. Eine Zukunft, gefüllt mit überraschenden Wendungen und... Ach du meine Güte! Hör auf zu schreien! Was ist los? Ist das ein gutes... Es ist der Tod! Im Tarot bedeutet Tod nur Veränderung, nicht wahr? Ich meine, das ist nichts, was einen beunruhigen sollte, oder? Ja, sicher. Was immer du sagst. Nun gehe bitte. Ja, come on. Hier, der Tod. Wie heißt sie überhaupt? Madame Xema. Xema, Madame Xema, Madame Xema, Madame Xema, Madame Xema. Ist ja gut. Äh... Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Dein Schicksal kann man nicht falsch verstehen, Gaibrasch. Die Karten lügen nicht, aber wenn du unbedingt darauf bestehst... Und wieder einmal, es ist der Tod! Ich glaub das immer noch nicht. Zeig mir nochmal die Karten. Ich fühl mich, als hätt ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Mit Glück hat das hier nichts zu tun, Gaibrasch. Es ist dein Schicksal! Wie auch immer. Lass sehen, was die Karten diesmal sagen. Die Karte bedeutet Tod. Bist du sicher, dass du nicht vom Boden des Kartenstapels gibst? Erinnerst du dich an den Fluch, von dem ich dir erzählt habe? Okay, okay. Ja, die hat doch bestimmt nur Totenköpfe da im Deck drin. Mehr. Gib's mir! Tot! Wie viele von diesen Karten hast du eigentlich? Mehr. Wie wär's denn mit mir nochmal die Tarotkarten zu legen? Dies ist das Werk des Bösen, Gaibrasch. Das Schicksal hat sich gegen dich verschworen. Und kein Mensch kann dagegen etwas unternehmen. Dein Weg ist vorherbestimmt. Okay, ich hab verstanden, was du meinst. Wirklich. Nur noch einmal für Gaibrasch. Lass mich raten. Tod. Verlasse diesen Ort. Hä? Du bringst uns alle in Lebensgefahr. Deine Gegenwart wird uns nichts als Krankheit verderben und totbringen. Oh ja? Nun... Dämon! Dämon! Ist ja gut. Aber dafür stimmelt sich mir die Karten. Sieh mal! Ein dreiköpfiger Affe! Ah! Dann sind die Prophezeiungen also wahr! Wo? Ich sehe nichts. Er muss fortgelaufen sein. Dies ist ein sehr schlechtes Omen. Hm. Hier ist ein Nacho-Fleck. Na gut. Was haben wir hier? Der Barmann. Hi! Ich bin Gaibrasch Threeport und ich... Hör auf zu brüllen. Ich habe nicht gebrüllt. Ich habe nur... Oh. Ich habe einen schrecklichen Kater. Bring mir etwas, wovon ich einen klaren Kopf bekomme. Und ich werde mit dir sprechen. Und sei leise. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, du sollst einfach nochmal ein Bier trinken. Dann geht es mir meistens besser, aber... Er scheint mir ja auch hier eine Muschi zu sein. Gewürzgerucken sind doch geil. Na, die schlagen mir sofort auf die Linie. Okay. Es ist das Bild von einem wirklich vertrottelt aussehenden Möchtegern-Pira... Oh, warte mal. Ja. Nicht schlecht. Was macht das Kissen hier? Oh, kann ich mir einfach nehmen. Es ist ein weiches Kissen. Cool. Es ist eine schamlose Grog-Reklame. Hm. Da steht... Ihre Trinkgelder sind willkommen. Ja, willkommen in meiner Tasche. Oh, lass das. Mach nur, dass die Schmerzen aufhören. Bitte. Hm. Okay, Broschüren. Was bringt das? Da steht, besuche Big Whoop für eine Ewigkeit der Pein und Qual. Ich meine, Spaß und Frohsinn. Wenn du ein Pirat mit stabiler Wirbelsäule und hoher Schmerztoleranz bist, jedoch ist hoher Schmerztoleranz durchgestrichen und durch Verlangen nach Abenteuer ersetzt worden. Dann ist Big Whoop genau das Richtige für dich. Besuch Big Whoop. Sofort. Es sind keine Bilder oder Karten drauf. Da steht nur, es ist ein Heidenspaß. Ehrlich. Also ist Big Whoop dieser Freizeitpark auf Monkey Island oder was? Deswegen, das habe ich mir ja schon mal vor ein paar Teilen gefragt und ich war mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, Big Whoop ist einfach, ähm, ja, der Freizeitpark da. Ha. Schild. Kein Ausweis, kein Grog. Nur ein weiteres Beispiel für die Unterdrückung der Menschheit. Ah, hier, Rezeptbuch. Rum Rogers Rum Überraschung. Einfachs Rum. Was steht da? Oh, ist ja schwer zu lesen. Thermosflaschenrum gewärmt. Ein Messglas Rum. Drei Russ, äh, Schussrum. Ein Teelöffel Wermut. Äh, was ist das? Cilantro? Keine Ahnung. Alle Zutaten mischen. Mit Rum abschmecken. Ist kein Werbung verfügbar. Durch Rum ersetzen. Äh, klingt nach einem guten Drink. Weiter hier. Ähm, ja, Gelbarts Baby. Ein Messglas Wodka. Ein Messglas Rum. Saft von drei Zitronen. Zwei in der Bar gibt's dir da auch, der Blauwal. Stimmt. Weiß ich gar nicht. Aber den kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Könnte man eigentlich mal nachmachen, ne? Ein Messglas Gin, Whisky, Wodka, Grenadine. Ein I, Kleber, Farbstoff Nummer 2 und Farbstoff Nummer 5. Äh, mit Haken mixen. Okay. Schleim mit Tonic. Ist das irgendwie das Zeug? Kotzgrünes. Ist das das Zeug, mit dem man auch in Teil 2 diesen Spuckwettbewerb macht? Kann sein, ne? Äh, ja, die aufgeblähte Zecke. Okay. Sumpfzombie. Brauchen wir auch, glaube ich, nicht. Anhang A. Erste Behandlung bei Piratenkater. Aha. Befreit vernebelte Köpfe. Ein Ei. Das haben wir ja schon gesehen auf der Palme. Pfeffer. Haar des Hundes, der dich gebissen hat. Aha. Okay. Alkohol. Äh, steht da? Lernfindliche, empfindliche, achso, okay, alkoholempfindliche, äh, Patienten. Vor Einnahme eines Arztkonsultieren, äh, Einnahme einen Arztkonsultieren. Nicht gleichzeitig mit Alkohol einnehmen, erschwert die Bedienung von Rudern und Maschinen. Macht sehr, 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 sehr schläfrig. Anang an B. Zirrhose, Anzeichen erkennt von Captain William W., W., äh, Schwindelanfall, Brechreiz, allgemeines Unwohlsein, tot. Wenn die Symptome anhalten, mit Alkohol behandeln. Das ist immer gut. Okay. Anang C. Blondbutts streng geheimes Keksrezept. Zwei Tassen Mehl, zwei Eier, einen Teelöffel Hefe und, äh, wieder Zilantro. Oh, mir sagt es immer noch nichts. Keine Ahnung, was das ist. Mit Fliegenlarven abschmecken. Uuuh. Okay, unser Dank gilt der Tante eines Freundes des Redakteurs, die erst 500 Biskuits kaufen musste, bevor sie das Rezept gratis bekam. Daraufhin gab sie es aus Rache kostenlos und all ihre Bekannten weiter. Diese Seite ist absichtlich leer. Ja, das war's auch schon, ne? Okay, was war das nochmal? Also ein Ei, Pfeffer und, äh, die Haare eines Hundes, der mich gebissen hat. Hm. Gut. Finden wir schon irgendwie. Und das Ei kann ich mir erinnern, auf jeden Fall braucht man da das Kissen für, damit das sanft drunter fällt, aber... Ja, was braucht man? Irgendwie ein Hammer oder sowas, um den Baum zu schlagen. Keine Ahnung, so genau. Okay, sehr. Hier ist ein Nagel. Ich kann ihn nicht herausziehen. Hm. Auch kein Hammer, ne? Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Ja, die Familie Salat. Okay, hier scheint nichts Interessantes drin zu sein. Das hier ist Porträt. Es ist an die Wand genagelt. Okay, okay, okay. Keine Zeit dafür, ich muss meine Braut retten. Sie ist verschlossen. Gut, dann sind wir erstmal fertig hier. Oh, Verzeihung. Ich muss gerade aufstoßen. Ja, würde ich sagen, gehen wir erstmal hier raus. Ich glaube, hier gibt's nix mehr. Und die Insel ist sehr groß, da gibt's bestimmt noch einiges zu finden. Mhm. Vom Hotel kommen wir zum Friedhof. Das hier, Grab. Kann man das aufmachen? Sie ist verschlossen. Städtisches Heim für Verstorbene, Blood Island. Hm. Steht hier drauf. Da steht, Tex Venture. Tex Venture. Gruft der Meistersuppe-Familie. Ah, okay, den Namen haben wir ja schon mal gehört. Aber in welchen Zusammenhang... Klecks der Gärtner. Guck mal, mein Gedächtnis ist so schlecht. Klecks. Es raffte ihn dahin. Er trank sein Unkraut-Eggs. Verdünnte es mit Gin. Okay. Ah, hier ist ja ein Hundi. Okay, da kriegen wir wahrscheinlich schon mal die Haare her. Da müssen wir hier... Werkzeuge. Nimm mal was mit. Die sind viel zu alt, um je wieder nützlich zu sein. Okay. Lilien. Hm, nein. Ich kann gerade niemanden darin sehen. Es ist fest verschlossen. Okay, ich hoffe, der Besitzer dieser Hütte schläft nicht darin. Ah, hier haben wir und Meisel. Es fängt an, ein Wort zu buchstabieren. Was könnte es sein? Rinderbraten? Rinderwahnsinn? RT oder nicht steht da. Keine Ahnung, was das ergeben soll. Oh, was ist das hier? Hier war das Skelett, stand da. Verschiedene Särge. Skelettern. Ich habe, glaube ich, noch nie gesehen. Ich habe bereits genug Skeletternhängsel. Okay. Rundenapf. Glimmendes Lagerfeuer. Hm, nein. Das möchte ich nicht. Yeah. Oh! Alter, Vater. Kann man ihm irgendwie ein Leckerli geben? Unsert Keks noch, den wir noch haben? Jo. Au, er hat mich gebissen. Konntest du ein paar Haare abreißen? Alter, echt jetzt? Okay, Freundchen, das wird kein bisschen wehtun. Hey, ich glaube, es hat gar kein bisschen wehgetan. Er wechselt wohl gerade das Fell. War das denn jetzt trotzdem richtig, mit dem Keks ihm zu geben? Ich hatte das irgendwie anders Erinnerungen, dass man irgendwie ein Hundeleckerli oder sowas findet. Aber ich beschwere mich auch nicht, ne? Hm. Ich glaube, dann geht das hier erstmal, ne? Ja, wir haben Hundehaar. Wir wissen schon mal, wo das Ei ist. Fehlt nur noch der Pfeffer. Gehen wir mal hier auf diese Lichtung. Okay, schicke Windmühle, ein paar Haie, Pfeffer. Ah, hier wächst also der Pfeffer. Blood Island. Sag mal einer, Videospiele bilden nicht. Okay, kannst du dich irgendwie in der Mühle festhalten? Ich kann mich mit bloßen Händen nicht festhalten. Kommt man denn da nochmal hoch, ey? Ich möchte das nicht feststecken. Du musst auch drin rumstochern. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Hammer. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Das will ich nicht durchschneiden. Das will ich nicht durchschneiden. Kommen wir da jetzt nicht hoch? Hier, dann Zauberstab. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Hätte das geklappt, dann wäre ich auch ausgerastet. Dann kommt auch kein Entstraf. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Na gut, kommen wir irgendwann anders mal her. Seltsame Lichter. Oh ja, hier sind wir. Das ist ja super. Dieses Dorf ist verlassen. Wie seltsam. Da, da gibt es direkt den Tofu-Block. Hier, schau dir mal einen schönen Schwan an. Heißes Buffet. Hm, sie ist mit niedlichen kleinen Schrumpfköpfen verziert. Und Messbecher. Oh, Lemonhead. Unacceptable! Hi, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ein Pirat, was? Nun, dann müsstest du dir doch der enormen Gefahren bewusst sein, die mit einem Spaziergang in ein Kannibalen-Dorf verbunden sind. Kanni was? Schönes Wetter haben wir heute. Scheiße, ich habe geklappt. Ich vermute, du wirst mich jetzt essen. Um ehrlich zu sein, es ist mir durch den Kopf gegangen. Aber wir sind nicht länger brutale und blutdurstige Kannibalen. Nein? Nein. Wir durchlebten vor ein paar Jahren eine gewaltige Veränderung in unserer Glaubensstruktur. Okay, hat sie mir mehr. Wirklich, das ist faszinierend. Wir haben beschlossen, uns einem gesünderen Kannibalismus zuzuwenden. Wir haben die komplette Aufnahme von Missionars Fett zurückgeschraubt und wurden alle Vegetarier. Aber es gab da sicherlich eine Zeit, da hätte ich dich gegessen. Junge Kerle wie du. Nicht zu viele Muskeln. Hey! Ich hätte dich vermutlich 45 Minuten in Weißwein marinieren, dich in einen Hauch Butter gestippt, in Bananenblätter eingewickelt und in einem Loch zusammen mit 100 heißen Kohlen verbuddelt, dich über Nacht rösten lassen. Dann hätte ich dich auf einem Bett aus Spasmati-Reis serviert. Zusammen mit Shiitake-Pilzen und Schalotten. Hm, hm, hm. Aber jetzt nicht mehr, oder? Hm, hm, hm. Aber jetzt nicht mehr, oder? Hä? Oh, genau. Richtig, richtig. Boah, da bin ich aber auch fast schwach geworden. Also, ne? Das klang schon echt gut. Äh, kommst du mir bekannt vor? Keine Ahnung. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht liegt es dran, dass ich aussehe wie eine große Zitrone. Ja, genau. Das war's. Aber da ist noch was anderes. Wir haben uns schon mal gesehen. Damals auf Monkey Island. Ah, Monkey Island. Wir hatten da ein nettes Dorf. Hütten mit Mieterschutz. Nah an guten Schulen. Das waren sozusagen die Salatzeiten, bis sie diesen verdammten Jahrmarkt errichteten. Jahrmarkt? Ja, Jahrmarkt. Kaum stand das erste Zelt, schwupps. Und die ganze Gegend war in. Zu jeder Nachtzeit kamen Seeleute. Die grausame Musik nudelte und nudelte. Und wenn du mich fragst, ich glaube, die ganzen Gewinnspiele waren manipuliert. Ja, ja. Es war des Nachts für einen Kannibalen auf den Straßen nicht mehr sicher. Hm, hatten die damals auch schon diese Zitronenköpfe und sowas? Hatten die nicht normale Köpfe? Ich hab's grad nicht mehr so vor Augen. Aber keine Ahnung. Aber auch mal cool zu wissen, dass das dieselben sind. Äh... Habt ihr keine Angst, dass der Vulkan euer Dorf zerstört? Der Vulkan? Oh nein. Mount Sodbrand ist völlig harmlos. Wir haben zu Sherman, dem allmächtigen Gott des Vulkans, ein Verhältnis, das sich gesalzen hat. Der Gott des Vulkans liebt würziges Essen? Halt den Mund. Oder ich esse dich. Okay. Als wir die Insel das erste Mal betraten, war der Gott sehr erzürnt. Qualm stieg in ihm auf. Und er spuckte Lava. Es war wirklich eklig. Und barg ein großes Gefahrenpotenzial in sich. Wir wussten, dass wir etwas unternehmen mussten, um den Gott zufriedenzustellen, und dachten, ein ordentliches Opfer wäre das Richtige. Naheliegende Vermutung. Aber als wir das Opfer in den Vulkan warfen, brach Mount Sodbrand heftig aus. Wir dachten, Sherman wäre böse auf uns, also brachten wir ihm jeden Tag Opfer. Wir haben alles versucht. Fisch, Geflügel, Vieh, Phenylalanin. Das Übliche halt. Dann eines Tages versuchten wir es mit Rie. Es gab eine riesige Eruption, die uns beinahe alle getötet hätte. Was ist geschehen? Sherman verträgt keine Laktose. Ah, jetzt ergibt es einen Sinn. Jetzt macht Sherman eine sehr strenge Diät. Er bekommt nur frisches Obst, Gemüse und natürlich Sojaprodukte, wegen der für den Muskelaufbau so wichtigen Proteine. Okay, ich glaube, das ist aber schon mal ein wichtiger Hinweis. Käse verträgt der Vulkan gar nicht. Das sollten wir uns unbedingt merken. Beiseite, ich beabsichtige, den Vulkan zu besuchen. Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Wir beginnen gleich mit unserer Zeremonie. Fantastisch! Ich bin fasziniert von euren idyllischen Stammesbräuchen. Postkarten und Diaz sind in der Lobby erhältlich. Nicht-Kannibalen ist es untersagt, bei der eigentlichen Zeremonie anwesend zu sein. Das ist aber unfair. Sag das den Vulkangöttern. Ich mache die Regeln nicht, weißt du? Okay, wo kann ich hier meine Beschwerde rein erreichen? Ähm. Ich möchte wirklich gerne den Vulkan sehen. Du bist kein Kannibale. Und deine Anwesenheit würde die Heiligkeit unserer Zeremonie beschmutzen. Ach, könnt ihr dieses Mal nicht eine Ausnahme machen? Es ist ein Notfall. Ich würde ja gerne. Aber wenn ich dich hereinlasse, müsste ich jeden hereinlassen. Und ehe man sich versieht, ist Kannibalismus in. Und man dreht Dokumentarfilme über uns. Also nee, das möchte natürlich niemand. Gut, ich hab's verstanden. Wir müssen erstmal Kannibalen werden. Aber wie wir das schaffen, das erfahren wir beim nächsten Mal. Wir machen jetzt Schluss. Ich glaub, wir haben jetzt die ganze Insel einmal gesehen. Und machen dann beim nächsten Mal weiter. Also, mach's gut. Tschüss. Tschüss.